Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit der lieben Tina auf der alten Map unterwegs und wir haben Duo gegen Trio gespielt. Und wir waren in unserem Lieblings-Compound. Welcher das sein wird, müsst ihr euch angucken. Wir mögen diesen Compound so sehr, weil wir da gefühlt immer raus, lebend rausgekommen sind. Wie es diesmal ist, müsst ihr euch dann auch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen, ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Aber bevor es losgeht, ich habe was vergessen. Und zwar, ich habe eine kleine Verlosung für euch. Und zwar, wenn ihr Bock habt, Playstation-Guthaben oder Xbox-Guthaben, jeweils 10 Euro zu bekommen, dann lasst mir doch einfach ein Like, ein Abo und ein Kommentar da und ihr seid dabei. Ich lose im nächsten, nicht im übernächsten Video, lose ich den Gewinner aus. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr haben wollt. Entweder Playstation-Guthaben oder Xbox-Guthaben. Jetzt ganz viel Spaß, haut rein. Und hier wäre Heilung, falls du rauskommst. Ich habe einen großen. Kannst du das von dir auch behaupten? Ja, ich habe auch einen großen. Am besten wärst du, wenn wir mit dem hier rauskommen, dann kann ich nämlich Fächern oder sowas nehmen, weißt du? Hier steht so ein... Was ist denn mit ihm? Er steht hier auf dem Balkon. Soll ich ihn doch stehen? Ja, ja, muss da hin zum Clou. Achso, da musst du hin. Das ist halt die Clou-Wache, ne? Ihr Säckchen. Locker weg! Locker weg! Machst du mal gucken, ob da Waffen im Turm liegen. Keine Waffe hier oben, ist zwar klar. Wo ist das hier? Oh geil! Oh geil! Wenn wir zuerst den Boss-Tits bekommen, ist das sensationell. Wollen wir Fahrstuhl hochfahren, weil da hinten Dicker steht? Ja. Ja. Hallo! Bitte sterben Sie. Oh oh, rot ist was. Oh oh, kommt doch nicht in meine Richtung gelaufen. Hä? Seit wann ist das denn hier so jetzt? Hä, das ist neu. Ja, ne? Das ist komplett neu. Hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Bin ich nicht so sicher, ob ich im Nordosten schon was gehört hab. Ja, da kommen welche, glaub ich. Ne. Das ist der Dicke hier. Doch. Die sind welche. Wer? Dr. King-Schulz. Ja. Ja. Nein. look. Das ist klar. Einer hat Hit. Er ist halt nicht umgefallen blöderweise. Magen, genau vor deiner Tür. Hast du ihn gehittet? Ja, er ist an der Kleinhütte im Nordosten. Das ist mir hier oben zu gefährlich. Also zwei Mann auf 30 und irgendwas auf Westen, Nordwesten. Einer oder zwei. Ah. Undai. Okay. Okay. Was ist dein? Liegt da in der Hütte. Du hast den anderen auch? Oh, mit dem roten Fass. Einer noch hier hinten noch Nordosten. Okay. Da in dem Haus. Ich geh mal ran. Da läuft er ganz hinten. Hinter der Palette. Da ist aber noch was im Westen. Im Westen? Ja. Da hat gerade einer auf mich geschossen. Ich seh ihn leider nicht. Ich guck nochmal. Der ist ganz weit weg. Hä? Der kommt dran hier. Ja, Schuss auf mich. Der kommt dran hier. Ja, Schuss auf mich. Ich bin tot. Da ist noch einer am weißen Haus. Konnt grad nicht pingeln. Das ging absolut nicht. Ähm. Alles gut. Einer ganz weit im Norden noch. Oh Gott, ich bin fast tot. Der läuft über den Steg. Kommt hier. Ja. Hinter der Hütte jetzt. Schön. Ich hab viel zu lang gehalten. Das war ja die Bounty. Ach so. Und wo ist der andere? Ich guck kurz. Oh. Schuss auf mich irgendwo. Im Nordosten. Und einer ist ganz weit im Südosten. Haben wir es zum anstecken? Ähm. Mal gucken. Pass auf. Der könnte das sehen da. Der sieht mich nicht. Ist unsichtbar. Ach wir haben doch den Scrappy. Naja. Aber es kann sein, dass der was gedroppt hat. Stimmt. Ich sehe ihn. Auf. Nein. Hat Hit. Ja ich sehe nicht. Da hinten. Ich sehe ihn nicht mehr. Nein. Hier ist nichts. Ich treffe ihn nicht. Ich gucke noch mal kurz. Den kannst du noten hier? Ja. Den habe ich gelotet. Einer kommt hier hinten im Südosten ran. Oh Mann. Der andere hat mich getroffen. Der ist unten. Irgendwo. Oh nein. Hier ist er. Oh ja. Ja ja. Der ist hier unten. Oh ja. Ja ja. Der ist hier unten. Genau hier unter mir. Boah. Der kam mir entgegen gepusht. Der hatte eine Romero. Habe ich Glück gehabt. Ja. Zwei Mann Nordwesten, Jan. Zwei Mann? Wie geht denn das? Zwei Mann. Wie geht denn das? Ach so. Okay. Ich verstehe. Dann haben wir nur einen von dem anderen Team. Das war der letzte von dem Team, wo du zwei erschossen hast. Weißt du? Mhm. Scheiße. Mir geht die Muni aus. Ja. Ich hab auch nicht mehr viel. Der eine ist hier vorne bei dem. Bei dem Toten. Ich bin tot. Ich brauch dich. Der ist hier unten. Hier unten. Der wirft was. Hab ihn. Nein. Der andere ist hier hinten bei dem. Der hebt ihn auf gerade. Oh. Ich komm andere Tür raus. Der ist vor mir. Oh. Und der andere ist hier hinten beim Dings. Wie noch einer? Ja der Tote, der ist aufgehoben worden. Ach so. Oh Mann ey. Ich krieg hier nicht ruhig. Ich hab keine Heilung mehr. Ja der ist bei dir da hinten. Ich loot den mal für Heilung hier. Ja ich kann nicht sonst noch heilen. Nee geht geht geht. Alles gut. Ich hab nicht. Du musst mich heilen. Ich hab nichts getan. Komm. Ich guck kurz. Da hinten. Ich kann die. Du kannst die Bounty da aufnehmen. Oh das ist doch gut. Danke. Oh das ist doch gut. Guck nochmal. Ja der ist da ganz hinten. Da irgendwo. Da ist er. Ja. Ich bin fast tot. Oh Mann. Was ist denn da los? Oh. Hat Hits? Ja ich kann nicht pieken gerade. Ich hab nur noch zwei Schuss ja mit der ähm. Ne? Mhm. Der ist rechts. Weiter rechts. Ich hab keine Sicht mehr. Hast du Info? Äh Richtung Osten. Also eigentlich direkt vor. Da im Zaun. Hab ihn. Schönes Ding. Nice Tina. Oh Gott 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 Gott. Nice Tina. Alter Schwede. Das muss so spannend sein. Hä. Und clear. Schön. Sensationell Tina. Das haben wir gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht? Ja. Ja. Hey Jan ist ja überall zu finden wo Frauen sind. Also. Das hat er heute schon. Irgendwas hat er heute schon geschrieben. Irgendwas. Was würde ich nur tun ohne meine Frauen. Hat er geschrieben. Ich glaube das war Anstände mal. Okay. Genau. Hat halt Geschmack. So ist es. Ja ja und ich spiel noch erst seit gestern zusammen. Also. Klappt aber ganz gut. Was hast du? Ich hab's nicht verstanden. Wir spielen auch erst seit gestern zusammen. Klappt aber ganz gut. Ja ja. Ich hab die aufgegabelt. Ja. In Frankfurt auf dem Strich. Was? War Spaß. War doch Spaß. War doch Spaß. War doch Spaß. War doch Spaß. Nicht hauen. Das ist der Gesicht, ne? Ja. Was würde ich nur tun ohne meine Frauen. Das hat die Tina sensationell gemacht. Eine Bombenrunde von ihr. Rasiert bis zum geht nicht mehr. Richtig richtig stark. Ähm. Und. Ich hab noch eine Runde. Die haben wir jetzt hier am Freaky Friday gespielt. Also vor. Lasst mich überlegen. Zwei oder drei Tagen für euch. Jetzt geht die Katze auf den Schreibtisch. Natürlich nicht so gut. Die zieht mir immer das Monitorkabel raus. Ähm. Da waren wir wieder in Locke Bay. Und was dort passiert ist. Das müsst ihr euch jetzt auch angucken. Viel Spaß. Ah. Moment. Jetzt habe ich gerade angefangen die Runde noch zu schneiden. Und da ist mir aufgefallen. Das war eine Runde, die zu unserer No English Challenge gehörte. Also wir durften nicht Englisch reden. Beziehungsweise. Ähm. Wir haben drei Runden gespielt, wo wir nicht Englisch reden durften. Und das war eine Lautrunde. Das heißt. Ähm. Wir hatten kein Messer dabei. Und wir haben nur mit den Waffen schießen müssen. Also wir durften die Zombies nur mit Waffen machen. Und wir mussten alles aufschrecken, was es zu aufschrecken gab. Und das kam dabei raus. Viel Spaß. So. I don't know. So. Jetzt zählt noch nicht. Zählt noch nicht. Komm erst wenn es los geht. Okay. Das ist so schlimm. Guck mal wie nett ich bin. Ja. Ich muss nochmal kurz eingrätschen. Da ihr die No English Challenge wahrscheinlich nie sehen werdet, weil die Runden einfach scheiße waren, seht ihr kleine Ausschnitte da raus. Weil wir sind lustigerweise dreimal hintereinander an demselben Spawn gespawnt, wollte ich sagen. Und wir hatten ja eine No English Challenge und da habe ich Tina eine kleine Falle gestellt. Die seht ihr jetzt. Was hast du denn dabei? Ja, spielen Freehunter. Alter. Was ist denn los? Ich hab dich voll reingelegt. Ich hab dich voll reingelegt. Ich hab dich voll reingelegt. Ach so. Oh du bist so ein Sack, ne? Warte. Ich spreng den Affen jetzt. Das ist so eine Sackrate. Das hat einfach funktioniert. Hast du eine Haftbombe dabei? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich hab drauf gewartet. Ja, lieber Jan, ich habe eine Haftbombe dabei. Okay, ich dachte dein freier Jäger hat das nicht. Das wird jetzt eine sensationelle Runde. Was? Lauf. Lauf. Warte. Hörst du mich erschrocken. Hast du mich erschrocken? Rainer? Ja. Hallo Mono? Achtung, rotes Fass. Ach du heilige Makrele, ich hab gleich mal 3 Balken verloren. Oh. Ups, Salat. Hallo. Ups, Salat? Ups, Salat. Knockabay. Oh, das ist schön. Was haben wir? Eine Lärm-Challenge. Danke. Ach man, Jan. Du bist so eng. Nee, in dir spiel ich sowas nicht mehr. Hast du geschossen? Ja. Ey, hör auf jetzt. Ich glaub, hier sind welche. Erschieß dich gleich. Ich glaub, hier sind wirklich welche. Da sind eben Raben weggeflogen. Ehm, ich geb mir mal mein Rackshot. Greif mal ne Kiste. Oh geil, ne Splitterbombe. Hast du ne Sch... Ich hab den jetzt weggeschlossen. Weiß ich auch nicht. Okay. Warum? Ich muss mal eben. Achso, warte mal, wir brauchen Feuer. Warte mal, ich hab... Was war das? Hast du geschossen? Was? Hab ich ne? Nee. Klar hast du geschossen. Nein. Hä? Hier sind doch welche. Ja, dann mach sie weg. Du Flubber hast diese Köderkacke dabei. Das Lachen von dir hatte ich verraten eben. Helf mal vor. Ich hab Feuer. Helf mal vor. Ich hab Feuer. Oh, ich bin im Stress. Ich hab Stress. Wo ist denn die Hype? Ich sag's nicht gerne, aber er hat gerade wirklich mehr geschossen. Und schon wieder. Ja. Ich nehm die Dings auf und dann lass uns reingehen. Oh Gott, die sind ja... Die haben nicht einen Schuss getroffen, ne? Wollen wir noch unten? Ne, 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 hier. Äh, pass mal, pass mal. Nimm die Sticky. Ja, 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 ja. Aber die sind doch da. Oh, schön. Macht nix, den kriegen wir. Ja. Ist's rot? Mhm. Ja, die kommt schon. Ich brauch den Banish, kannst du banishen? Auch wenn das Englisch war. Hahaha. Das hab ich vorhin auch. Hm. Ja, fallen hab ich keinen dabei. Ja, fallen hab ich keinen dabei. Micha, viel Spaß beim Handen. Danke, dass du da warst. Eine kommt dran. Und ein schönes Wochenende. Beidegungen. Was ist es? Genau. Oh, ich bin dabei. Oh, ich bin dabei, nosso Leben. Ja, w Самbewelle. Oh, ich bin dabei. Der muss die Wurzeln. Beidegungen... Er hat sich selbst geflasht, der Otto. Einer ist noch unten. Es kann sein, dass er den Fahrsturm hochkommt. Fahr den mal nach oben. Das wird alles im Video ausgewertet. Ich bin fest. Ich weiß nicht, wie er mich da gesehen hat. Ich schieße mal hier ein rotes Fass kaputt drinnen, ja? Unter dir. Geh mal ein bisschen nach links von dir aus. Nein, jetzt brennt das hier oben. Ich wollte an das Fenster ran. Scheiße. Ich habe einen. Der stand da auf der Schräge. Weiß. No. Anderer hat Hit. Aufpick. Läuft nach hinten weg. Ich sehe von hier oben gar nichts. Tina, der ist hier. Ach, Mann, ey. Tot? Weiß ich nicht. Nee. Wie kam denn der rein? Keine Ahnung. Keine Ahnung. In. Das war's. Du kannst was werfen. Ja warte mal, wenn ich werfe. Der hat den geneckert. Oh, Aim Punch des Todes. Schön. Danke. Niemand. Gott sei Dank. Boah, diese Englisch-Challenge, ey, die denkt mich so ab, ne? Mich auch, mich auch. Ich habe eben vier oder fünf Mal Hits gesagt. Vor allen Dingen, alle schreiben sie, er hat das gesagt, er hat das gesagt. Ja, das wird alles in mir ausgewertet. Ich habe auch sobald ich ein Wort gesagt habe ich immer auf deinen Chat gekommen. Ja. Du, das Nachladen von der Alamo ist der letzte Rotz, das geht mir voll auf die Nerven. Ach auf einmal? Boah, also die ist gut so, von der Entfernung und so weiter. Aber das Nachladen, uff. Ja. Der hat eine Allison, darf ich die nehmen? Also die, die Colt will. Ja, nimm mal. Oder willst du die? Ne, ne. Ich habe mir die Mosin genommen. Ah, ok. Gehen wir oben raus? Mh, ja. Gucken wir mal in zwei Wege. Oh nein. Gegner hier, Gegner, Gegner. Das ist doch ein Witz, oder? Du hast doch ein Dings geworfen. Also so, wenn du das nicht gesagt hättest, so offensichtlich wäre ich drauf reingefallen, Pina. Wieso? Na, so machst du das nie. Das würde sich sagen, Gegner, Gegner, Gegner. Ja, aber ich habe ihn ja in dem Moment gespielt. Aber es war zu offensichtlich. Ich bin ja gut. Ich bin ja gut. Ich war ja versuch wert. Habe ich dich gebrochen? Ne. Ne. Also, ich wäre drauf reingefallen, wenn du nicht so Gegner, Gegner, Gegner gesagt hättest. Ja, Entschuldigung mache ich nächstes Mal nicht mehr. Garg Bock. Du möchtest diesen scheiß Popcorn-Dinger. Naja, laute Runde, ne? Ja. Mann. Oberst Rammknall. Ja, da wollte sie mich verarschen am Ende. Es hat zum Glück nicht geklappt. Dieses Gegner, 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 das war zu offensichtlich. Das ist mir direkt aufgefallen dann, dass sie mich verarscht. Sonst hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich irgendwo in den nächsten Büsche gehockt und hätte mich vor Angst wahrscheinlich eingepinkelt oder so. Ja, der Anfang war super, super fies von mir. Wie gesagt, es war eine No-English-Challenge und jeder, der ein englisches Wort gesagt hat, außer zum Beispiel die, die Waffennamen oder so, also Coldwell und so, war erlaubt. Aber alles andere nicht. Da habe ich sie ganz böse auflaufen lassen. Und das habe ich tatsächlich auch mehrfach versucht. Wir haben insgesamt drei Runden No-English-Challenge gespielt und da habe ich das mehrfach versucht. Das war leider keine YouTube No-English-Challenge, weil die Runden halt einfach uninteressant waren, außer jetzt hier die letzte. Aber, naja, wir machen das demnächst wieder, weil das ist immer sehr, sehr lustig und kommt bei euch ja auch echt super an. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit den zwei Runden. Jetzt wisst ihr, warum wir Lockerbay so sehr lieben. Das ist einfach der geilste Kompound. Das Beste an Lockerbay ist halt, wenn du den Boss machst und dann den Account, um Gottes Willen, dann den Compound verteidigst, weil dann hast du alle Chancen der Welt. Ja, weil, weiß ich auch nicht, es ist so schwer da zu stürmen, finde ich. Und was wir immer machen, wenn welche den Boss gerade machen, dann gehen wir unten rein und fahren im Fahrstuhl hoch und dann stürmen wir. Das funktioniert auch super, das könnt ihr euch merken. Das ist sensationell. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt ans Gewinnspiel, einfach einen Kommentar da lassen. Ich meine, abonniert und geliked habt ihr wahrscheinlich sowieso schon. Übermorgen ziehe ich dann den Gewinner. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns erst morgen... Moment, was haben wir denn heute? Sonntag müsste die Runde kommen. Wir sehen uns Montag live ab 14 Uhr auf Twitch. Und ansonsten morgen früh, 9.30 Uhr, nächstes YouTube-Video. Haut rein. Tschüss.